hoch ja ich kann zwar da hoch aber naja wir brauchen den knopf ist gut auf die rote ist das ziel ja da kommen wir aber nur mit so einem kursen wir brauchen zuerst den kubus ich glaube wir brauchen sogar mehr als das das könnte sogar klappen naja fast alle kundinge sind rein schaden obwohl lässt du mich fallen was macht nochmal das ähm ähm ja ähm feiße okay alles wieder von vorne ach da ist der kubus also mach wieder dort deins und dort deins und ich mach wieder dort meins und dort meins wo fällt das hin hä dort und genau dann machst du wieder dort oben deins dann hole ich dich wieder ab ich glaube ihr werdet es gleich merken jetzt komm ach so hups moment wie kann man nochmal genau gleich so und jetzt aber jetzt gehst du wieder durch das portal sag nix du wirst es nur gleich merken so jetzt gehst du auf das auf das gehen ja jetzt werde ich es merken ja jetzt werde ich es ja es fehlt ja das stimmt tatsächlich das merke ich jetzt hups falls ich auf den ne ach so ne geht nicht schade öppala nix aber egal ähm hm wir sind schlau ne ziemlich schlau vor allem ich oder nein wir also wieder von vorne das war nicht ironisch gemeint das war ernst gemeint ja ich halt ich bin oh ne jetzt geht es aber wirklich oh was muss ich jetzt nochmal machen mich befreien wieso dich befreien ach du hast da bist zu schnell für mich so jetzt bist du direkt dort da dahin sind und schmeck es rüber und fertig da möchte ich am liebsten jetzt leichter bei uns leider verpasse ich da ist er mein was komm da runter ist das ist ein scherz oder kann nicht steigen zum besser Stamilie es ist gut auch was und woher so mehr du Tomo der Welt so jetzt ihr habt ihr geklaut was zum ich habe ihn ich würde sagen so wohin mussten der überhaupt? Ja, hier hoch. Oh ja, genau. Gut, wir haben alles geklärt. Loslassen. Okay, wir müssen... Äh, was passiert, wenn wir das machen? Passiert irgendwas? Ja. Kapiert. Geh mal hin. Warum hat er sich jetzt aufgelöst? Ah, okay. Halt. Sitz. Kuboß. Kuboß. Komm her. Komm. Schwer. Okay, das ist... kompliziert. Ich finde, ich kann etwas veräppeln. Nein. Falscher Sprung. Hallo. Ach, du bist schon drüben, aber nein. Ähm. Da musst du hin. Ach. Na, dann ist ja alles... scheiße. Was ist das eigentlich? Ach so, natürlich. Ich muss meine... Ich muss das machen. Komm her, du Blöder. Nein. Du machst dein rotes Portal jetzt nochmal. Und... Dort, oder? Nee. Dort. Da, wo du halt runterspringst. Äh, das war gerade... So, Moment. Wo bist du denn jetzt? Ach, na. Ich schaffte es. Nee, jetzt, ey. Es ist zu spät. Am Abend. In der Nacht. Was haben wir mit der Nacht? Du bist so... Was passiert? Ja, das Wasser, das holst du ja irgendwie raus. Hinter dir ist ne Wand. Genau. Ich hab's grad gemerkt. Ja, ist sauer. Moment, ich komm. Warte noch, warte noch, warte noch. Zwar benutzen wir einen Bug, aber das ist egal. Ähm. Was geht denn hier ab? Du bereit. So. Wer will? Mach du. Wer geht als erstes? Wir haben eine Sache vergessen. Welche? Das ich meine, wir blöden seinen Bug. Den brauchen wir doch gar nicht. Beste sicher, guck mal was da ist. Guck doch mal was sie hier... Pass mal auf, was ist passiert. Nein, 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 nein. In der Mischung des Christus. Du bist so... Äh, kein Strom. Kein Strom. Kein Strom. Kein Strom. Die Kamera reißt. Ja, das kann auch da sein. Ah, okay, warte mal. Mach das nochmal. Komm nochmal hier runter. Wieso? Komm einfach. Jetzt komm nochmal. Ich kann auch einfach da machen. Jetzt komm ich runter, so. Jetzt gehst du wieder da rein. Bist drin. Ja. Bist? Ja. So, jetzt pass mal auf, was ich jetzt mach. So, ich hab jetzt nämlich den Kubus und du machst jetzt seine Portale. Genau. Variante Idee. Und jetzt muss ich nur noch den Kubus da draufstellen. Mach du, genau. Mit Geduld und Beharrlichkeit. Das ist die hohe Kunst der Duplomatie. Duplomatie. Jede Woche eine neue Welt. Boah, ey. Autotyp-Gehäuse ist am Ende des Ganges. Denkt daran, ihr seid töten. Sie hat das Licht ausgemacht. Nachtsicht aktivieren. Wir haben Nachtsicht? Geheimnis vor. Sie hat das Licht wieder angemacht. Nachtsicht deaktivieren. Deaktivieren. Ja. Woher kam er? Von da auf geht. Ja. Hier längst. Wir sind die Splinter Cell. Mit Nachtsichtgerät. Gefällt mir ja gar nicht hier. Mir schon. Was machst du denn da unten? Wieso? Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ähm, vergiss eins nicht. Gibt es ja keine Farben? Ich glaube, wir haben ein Problem. Was soll ich nicht vergessen? Vergiss es. Okay. Ich glaube, wir haben trotzdem ein Problem. Achso, nee, ich hab's. Ähm, vergiss nicht, rot. Verdammt, du bist schon da. Egal, ich kann ja wieder gehen. Höher. Hm? Da hin. Nein, höher. Höher. So? Damit wir auch sicher... Nein, am besten hier. Hier. Ja. Brillant. So. Achso, ich muss dich natürlich... Ja. Mach deins hier hin, oder? Mhm. Und ich mach meins. Nein, du machst gar nichts. Ich mach gar nichts, okay. Bisschen weiter. Genau. So. So, welches... Gelb. Und jetzt? Gelb. Ich zuerst. Ui. Steigern wir die Moral und geben unserer Elite-Truppe hier einen Codenamen. Benennen wir sie doch nach eurer Spezialität. Die ständig in Säure fallende Spezialeinheit. Natürlich. Damit ist die Motivationsansprache beendet. Schnappt sie euch. Oh yeah. Oh Gott. Das kann ja was werden. Wen sollen wir überhaupt schnappen? Was guckst du mich so an? Die, die GLaDOS immer umgebracht hat, oder? Also, die wir im Singleplayer spielen. Genau. Leck. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Denn die ist doch frei. Oh. Mein. Gott. Der Vogel. Lauf. Dafür habe ich keinen Plan. Abbrechen. Vergesst das Training. Lauf. Was macht ihr da? Warte, lauf dir nicht. Zurück. Sie hat jetzt die Kontrolle. Ihr seid keine Tötungsmaschinen. Das war gelogen. Lauf. Oh Gott. Abbrechen. Mission abbrechen. Rückzug. 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 Ich habe euch getan. Mission abbrechen. Rückzug. Oh nein. Wir haben verloren. Es ist aus. Oh. Das war knapp. Gut gemacht. Tötungsmaschinen. Aha. Was? Wisst ihr, beim Vertreiben des Vogels auf der Anlage habe ich eben eine wichtige... Oh mein Gott, sie brütet einen Virus. Da stört sie, da stört sie und tretet sie kaputt und... Und... Ich weiß etwas Besseres. Was Besseres? Oh Gott. Herzlich willkommen in der ornithologischen Brutstation von Aperture Science. Man hat euch im Stich gelassen, weil ihr leertlos seid. Wertlose, ungeliebte Vögel mit fetten, hässlichen Schnäbeln. Ich finde die süß. Ich bin wirklich der Angst, dass diese riesigen Schnäbel in so winzigen Eiern verzatten. Ja, ich spreche mit dir, du Großschnabel, du Matschbirne. Oh. Nein, ihr seid keine Matschbirnen, oder? Sie zieht euch an, diese kalten Vogelaugen, die Klauen, die messerscharfen Schnäbel. Ihr seid ja richtige kleine Tötungsmaschinen. Ja. Schlaft jetzt, meine kleinen Keller. Morgen habt ihr einen anstrengenden Tag. Kledis hat irgendwas Falsches genommen an Dateien. Mhm. Ich glaube, sie hat ein Virus. Wheatley mal wieder. Wheatley 2. Er ist nicht mehr im Weltraum, sondern er kommt zurück. Genau. Wheatley strikes back. Wir sind im Weltraum. Das ist doch so geil, ey. Ist das Beste vom ganzen Spiel. Bin im Weltraum. Wir sind im Weltraum. Ich muss mir die Schrode nachhören. Wir haben es geschafft. Es sind gegendrücklich alle Tests verfügbar. Okay, dann... Oh, guck dir den Schritt. 23.000. 20.000. 511. Ja. Gut. Hoffe ich. Eieiei. 1.977 geschossene Portale. Das hilft nichts. Aha. Durchschnittliche Port... Port... Portale? Durchschritten, ey. Achso. 23 Katastrophen abgewertet. Aha. Aber alles nur wegen dem blöden Vogel, ey. Ich weiß nicht wirklich, was das eigentlich so im Sinn ergeben hat. Okay, wieder Schritte. Versatz. Ja, mach mehr Schritte rauf. Gut. Ja, das war dann... Das war's denn, ne? Ja, das war ein ziemlich langer Part, würde ich sagen. Ja. Mit zwischendrin. Bei mir. Der Part will ich teilen. Ja, den werde ich wahrscheinlich auch peilen. Sorry. Peilen den an. Boing. Genau, den werde ich wahrscheinlich auch teilen, weil... YouTube hat da schon mal rumgespackt bei über 1 Stunden Videos bei mir. Bei mir nicht, aber egal. Naja. Ja, nee, bei mir nicht. Ich hab diese Sache mal auf 1 hochgeladen. So. Das war... ...Kala... Portal. Ja, das... Das war, äh... Hier der Jones... ...und ich hier... ...mit Portal... ...spieletipps und Kalarot LP... ...war das hier jetzt mit Let's Play Together Portal 2. Ja, es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Außer Kammer 7. Ja, das ist noch... Nee, vergiss es. Vergiss. Nie wieder. Fiesig. Was das denn? Ja, oh Mann, wir haben 40 Minuten dafür geworfen. Ja, scheiße. Naja, ähm, es kommt ja irgendwann noch dieses... ...selbst Maps erstellen. Ja, dann sehen wir uns vielleicht wieder. Vielleicht. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen nicht, wie gut wir Maps erstellen können im Moment. Oder wir spielen Maps, wer weiß. Das wäre ja Werbung. Und wir brauchten dafür eine Lizenz. Wieso? Weil in den ABG's gehe ich, dass du das playen darfst von 2, aber nicht... Du brauchst aber dann noch eine extra Lizenz... Nein, dann geh ich mir grad raus. Okay. So. Okay, vergesst es, Leute. Also, auf unseren Maps werden wir uns wiedersehen. Vielleicht. Ich bastel bestimmt wahrscheinlich eine. So wie immer. Ich auch. An Fingermeld. Und nicht extra so eine für Jones. Wie kann man sieben. Naja. Soll ich noch eine Schlimmere machen als kann man sieben? Vergiss nicht, wer schneller der Rätsel lesen konnte im Singleplayer-Modus. Ja, stimmt schon. Also, wir müssen mal gucken. Ja. So. Da alle guten Dinge drei sind. Wir sehen uns demnächst bei Rainbow Six Vegas auf 100%. Oder? Jo. Tschüss. 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 Wednesday. The Bridge.